In Humor, ihr seid dritte Welt. Ein Kisbeke würde niemals über deutsche Witze lachen. Ich werde dir das Gegenteil beweisen. Uftahu! Wäre ich vieler Geld? Also wenn, dann gibt's überhaupt nur Reklams oder DVDs. Wir haben bitteschön... Wir werden uns aufgetragen. Yallah! Hast du das auch gespürt? Wissen Sie, was der weise Muller Nasruddin einmal gesagt hat? Ist das der Muller, der immer rückwärts auf seinem Esel reitet? Ja! Sprechen Sie bitte Deutsch. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde deiner! Du hast Pimmel gesagt! Der Papst, der sagt, sie sollen sich um ihren eigenen Dreck kümmern. Ja, 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 natürlich. Fabelhaft. Es bleibt dabei, ich geh nach Passau. Auf dem Weg hierher, da bin ich, au weia, in eine Mine getreten. Aber keine Sorge, ist alles ruhig geblieben. War offensichtlich eine Pantomine. Ja... Ja... Ich hab's nicht da... Wir gehen. Aber keine Sorge. Ja. Das ist ja auch. Der Spitze des Börsen was ich schon für die Besucher. Vielen Dank.